So, gucken wir mal was der Kasper hier hat. Ah, halte Ritur, moment hier. Kaputt. Vielen Dank. Okay, das reicht mir schon wieder. Spielwechsel. Extra World. Extra World. Los geht's. Mal am Patreon. Danke. ... ... ... 14 Rot Wieder schwarz 2 1 2 1 2 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 10 11 11 12 13 15 15 15 15 16 16 15 15 15 15 15 15 15 16 16 bringt fünf freispiele kommt, 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 kommt der Anfang sah ja gut aus dann nehmen wir die ja damit gut gut Multifruits ist heute mal dran und zwar auf 4 Euro plus und zwar auf ja damit vielleicht zeigt er uns ja mal ein paar Action Games so was könnte die fünf zu werden noch die 57 1550 joo ich jetzt 1550 hm toll die aha 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 oh oh god oh 100 bleibt auf jeden Fall na 100 oder 300 lots koppel ja entscheidet sich für die 100 schade 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 auch genau Tamb academia ganz schön zäh wir schauen noch in der Wetter jo, Mama und heute drehen wir noch mal hier los geht's los geht's wo steckt das goldene Ding? wo steckt das 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 das wo steckt 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 das das sieht ja mal wieder echt duftig aus hier ach guck an ich hab doch noch ihn rückdauerkina rückdauerkina wir wechseln das Spiel nochmal so dann gibt es hier ein paar Drehungen wo steckt das durch wo steckt das keiner dabei schade und wir schauen mal hier rein los geht's was was gerne eine handvoll freispiele wo steckt das 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 und wir schauen mal wieder an wo steckt das Auf 2 sind schon mal keine dabei, wir auch nicht. Und wir schauen mal ob wir hier ein paar Freispiele kriegen, dazu brauchen wir noch ein bisschen so einen Kaktuskrempel. 3 davon 20 20 Sensor 7 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Ah ja, das habe ich nicht. Und mal ein kleines Puffer. Könnt ihr doch langsam mal eine Runde Freispiele geben hier. Nehmen wir. Mit der Karte haben wir jetzt keine Lust. Freispiele will er wohl nicht so recht. Geiz tragen. Jupp, Spielwechsel. Und heute waren wir hier in King's Tower. Los geht's. Los geht's. ja 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 Eben Blühen 60 Bonus wäre ja auch mal nicht schlecht, ne? Wieder mal sehr spendabel. Ja, los, komm! Nicht mit Freispiele hier, schade. Dann drehen wir mal hier noch runter. Los! Oho, es klingelt. Neunzig. Nehmen wir. Neunzig. 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 Oh, das ist ja noch eine Wunde hinterher, ja. Oh Das hat unsere 90 oder versinkt, so schnell geht das. Minusgeschäft. Spielwechsel. So, dann gibt es mal ein paar Runden bei Odin. Mal gucken, ob der was für uns hat hier. Das ist immer das falsche versteckter Roter. Ah, da war ein paar mehr. Na nun aber. Oh, Alter. Da noch was richtig drunter ist. Oh, das sieht gut aus. Geil. Schön. Guck, wir hatten nur noch 13. Eieieieiei. Das sieht gut aus. 212. Sehr gut. So. Nicht übel. Ah, davon die dritte noch. Nichts mehr nach. Nö, dann nehmen wir die 200 raus. Und wir gucken mal hier in der Wunde rein. Gut, aber dann können wir noch auf 4. Jawohl, können wir. Ah, dann los. Dreimal die Truhe bringt Freispieler. Ja. Los, langsamkeit dazu. das kann ich aber die Ruhe vor dem Sturm oder wie? 100 haben wir schon versenkt 36 das ist ein Fall für die Karte müssen wir nur treffen nehmen wir rot schwarz wäre es gewesen da und die dritte eine glatte bauchlandung glaube ich das war dann wohl nicht die richtige Spielwahl der 12 jawoll ach man fällt er zurück soll nicht sein schade schade gut dann wechseln wir halt noch eine Runde ganz einfach der hüpft Honig hoch dann sei jetzt so und wir gönnen uns mal heute hier ein paar Runden oder Kielenz loos und 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 Und, komm, knaptarien. so irgendwas kannst du noch rausrücken vor der stundenpause hier da möchte wohl jemand erst pause machen machen wir das so dann gibt es heute mal hier ein kleiner ausflug los geht's es kommen auch eine runde freispiele raus hier noch versteckt hier jetzt aber los auch nicht da sind sie schwein gehabt so da muss ich nur noch was geben er hüpft auch besteht ja noch hoffnung war einmal nix toll da klingelt es ja nicht mal so schlecht da ist da ist da ist Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, eine Chance haben wir noch, bleibt dabei, 3 oder 10, damit können wir genug leben, die 30, ich hoffe, die gönnen wir uns mal an eine Leiter, dann ist es so, dann machen wir noch immer einen kleinen Ausflug, los, wir brauchen dreimal den Anker oder die ersten vier Felder links mit einem gleichen Symbol, mal zum Verständnis, na, und, und, da ist er, schon mal was für ein Freispiel, gucken, was sie für uns haben, 2,10 Euro im Einsatz, das sollte ein bisschen mehr werden, 4,90 Euro, und, da ist er, da ist er, da ist er, da ist er, so, ufff, 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 Das war's für heute. rück da noch schnell raus hier, dann wechseln wir noch runter